so lasst uns gleich über die ernsthaften dinge über die weltlage sprechen herr lüders die iraner haben in der nacht us-truppen im irak beschossen was ist da genau passiert wie ordnen sie das ein es wird interessant zu hören sein wie herr dennison das einordnet es geht um den anschlag oder den mord an suleimani diesem top general aus dem iran das war sozusagen die rache aktion dafür war was ist da passiert das war die rache aktion in der tat für diese ermordung von suleimani ist in zwei militärbasen angegriffen worden im irak die genauen folgen können wir noch nicht einschätzen wir wissen nicht wie viele tote es gegeben hat es ist aber interessant darauf zu verweisen was die hintergründe dieser tat sind es ist ja so dass suleimani nicht ohne grund nach bagdad gereist ist er ist nach bagdad gefahren auf ausdrückliche einladung des irakischen premieres al-mahdi und er hatte eine mission mit der nach bagdad gereist ist er versuchte nämlich zu vermitteln zwischen iran und saudi arabien die irakische regierung hat hier angeboten entsprechend tätig zu werden und suleimani hat auch eine wesentliche rolle dabei gespielt wie auch andere vertragspartner gesprächspartner im irak dass die bevorstehende botschaftsbelagerung oder das was wir einige tage erlebt haben in bagdad dass sich die spannungen dort widerlegen und obwohl er nun sozusagen in friedlicher mission wenn ich so sagen darf nach bagdad gekommen ist haben die amerikaner die gelegenheit genutzt ihn in bagdad zu ermorden was natürlich ein beispielloser affront ist ich meine es ist ein ganz klarer mord juristisch gesehen und vor allem wenn man sich vor augen führt dass er versucht hat die spannung in der region zwischen iran und saudi arabien zu reduzieren gemeinsam mit der irakischen regierung ist in dem moment wird also jemand der diesen versuch startet ermordet und das hat natürlich einen hintergrund denn letztendlich wenn man es zu ende denkt ist man aus sicht der regierung trampen natürlich nicht sehr erfreut wenn es eine deeskalation gibt vor allem zwischen iran und saudi arabien denn vergessen wir nicht saudi arabien ist der größte einkäufer us amerikanischer waffen zehn prozent der amerikanischen waffenexporte insgesamt gehen nach saudi arabien und stellen wir uns mal vor es gäbe frieden zwischen saudi arabien und dem iran oder zumindest eine entspannung das wäre nicht gut fürs geschäft trotzdem wenn sie jetzt gerade sagen friedensmission habe gerade herrn dennis und beobachtet könnte man auch sagen ohne diesen mann zu nahe zu treten es war wahrscheinlich die erste friedensmission seines lebens es gibt sicherlich vieles an herrn zu dem mann und an der iranischen regierung zu kritisieren gar keine frage wer ist dieser mann können sie können sie den mal ein bisschen beschreiben was ist das für einer mit dem was da zu tun hat so dem mann war ein sehr beliebter mann im iran vor allem deswegen weil er zunächst einmal ein mann ist aus dem einfachen volk sein vater war bauer seine mutter war hausfrau er hat dann im irakisch-iranischen krieg karriere gemacht als sehr vieler militärkommandeur muss weil die islamische revolution natürlich nicht sehr beliebt war in verschiedenen hauptstädten auch in der region und die strategie der iraner ist die folgende gewesen das ist wichtig zu verstehen die iraner wissen dass in einem konventionellen krieg gegen die usa und oder israel keine chance haben also müssen sie sich auf eine asymmetrische kriegsführung verlegen und sie tun das indem sie pro schiitische milizen pro iranische milizen im irak in syrien und im libanon aufgebaut haben beziehungsweise sich mit diesen verbündet haben in der absicht für den fall eines angriffes auf den iran diese vorwärts verteidigung zu nutzen um den einsatz für die angreifer zu erhöhen weil die israelisch zum beispiel wissen ganz genau wenn es zum krieg kommt wird die hezbollah die partei gottes schiitische miliz im libanon mit großer wahrscheinlichkeit israelische ziele angreifen das ist die überlegung der iranischen strategie vorwärts verteidigung mithilfe unserer stellvertreter die wir im westen natürlich nicht mögen wir betrachten das als gewalttätig als expansionstrang als terroristisch das interessante ist ja nur dass diejenigen die dem iran vorwerfen der iran sei expansionistisch selber die größten expansionisten sind unsere amerikanischen freunde haben seit 2001 seit der terroranschlägen in fünf ländern in der region arabisch islamischen ländern militärisch interveniert der iran ist das sechste land das ins visier gerät millionen von menschen haben ihre zukunft verloren infolge dieser intervention in den ländern wo interveniert worden ist ist ein riesiges chaos entstanden allein im irak und das noch ganz gerne zu sagen alleine im irak ist als ergebnis der amerikanischen sanktionspolitik die begann 1990 nach dem einmarsch in kuwait der irakischen armee bis zum krieg 2003 zum sturze von saddam hussein und den nachfolgenden verheerungen durch diesen krieg sind mindestens zwei millionen iraker ums leben gekommen zwei millionen iraker ich meine wenn wir jetzt reden von terror oder von gewalt es ist schwierig zu sagen hier sind die guten da sind die bösen alle parteien kriegs und konfliktparteien in der region verfolgen ihre eigenen interessen ohne rücksicht auf verluste und in sachen rücksichtslosigkeit und unsere amerikanischen freunde vorneweg gut aufgestellt wir haben einen amerikanischen freund hier sitzen aber abhör dass sie ich würde vorschlagen dass man nicht alles in einen topf wirft und dann umrührt so wird nicht notwendigerweise eine gute suppe draus aber der kern des problems so wie es mir erscheint ist der folgende der iran man muss das deutlich betonen egal was wird von dem dortigen regimen halten oder nicht ist das letzte verbliebene land in der region das nicht eine pro westliche pro amerikanische linie verfolgt sondern eng angelegt angelehnt ist an russland und an china und die überlegung der amerikaner ist natürlich dieser last man standing dieses letzte land das uns in die quere kommt da wollen wir idealerweise einen regimewechsel herbeiführen das ist der kern des problemen wieso formulieren sie das so in die quere kommt ja weil die iraner natürlich die interessen die geopolitischen interessen der usa und ihre regionalen verbündeten israel und saudi arabien unterlaufen okay das verstehe ich aber wenn sie gerade sagen da gibt es sozusagen last man standing iran russland und und auch syrien was die allein gemeinsam in syrien angerichtet haben das ist unvorstellbar absolut aber man wir mit unserer sehr vornehmen zurückhaltung haben uns das über jahre hinweg angesehen und das gleiche passiert jetzt in libyen wieder erdogan hat sich gerade die erlaubnis seines parlaments geholt in libyen seine truppen aufzustellen sondern das alles so laufen lassen aber die ich bin uns fragt wie reagiert man darauf dass das ist das was ich gerne mal beantwortet haben würde weil man natürlich immer aus aus einem aus einer moralischen ecke heraus sagen kann böse 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 wir wollen keinen krieg aber wir mischen uns nicht ein aber die anderen tun es ja aber das ist doch durch blödes und ist doch her der punkt soll man muss die konflikte ein bisschen auseinanderhalten ja also was in libyen die türken jetzt machen das ist noch mal eine geschichte für sich das lassen wir jetzt mal diskutieren wir bei aber der punkt der punkt ist eben der dass aus amerikanischer überlegung heraus und aus der sicht der amerikanischen hauptverbündeten der region israel und saudi arabien der iran das iranische regime ein störenfried ist diesen störenfried gilt es idealerweise zu beseitigen nachdem die usa wie sie dargelegt haben das atomabkommen rechtswidrig aufgekündigt haben haben die iraner noch ein jahr lang sich an alle bestimmungen des vertrages gehalten um dann nach einem jahr als nichts geschehen ist die amerika die iraner hatten gehofft dass die europäer die e3 mit signatar staaten also deutschland englisch england und frankreich dass sie druck ausüben auf die usa in der hoffnung dass die sanktion die völkerrechtswidrigen sekundär sanktionen gegenüber dem iran die auch drittstaaten jeden handel mit dem iran untersagen dass die europäer die amerikaner hier dazu bringen diese sanktion zumindest abzusprechen was sie aber nicht im gegenzug für die unterschrift oder das sollte die weitere fortsetzung dieses atomabkommens das wäre die überlegung das problem ist nur sie haben eben damit nichts erreicht warum haben sie nichts erreicht weil die europäer einschließlich der bundesregierung keinerlei neigung verspüren in richtung der usa mal tacheles zu reden und zu sagen liebe freunde bei einem respekt bei aller freundschaft bei aller sympathie was ihr macht ist irrsinnig das machen wir nicht mit 2003 hatte die damalige bundesregierung ebenso wie auch die französische regierung den mut an die adresse der usa gerichtet zu sagen wir machen euren völkerrechtswidrigen krieg zum sturz da muss er jetzt nicht mit das war eine historisch richtige entscheidung das danach haben die amerikaner den irak verheert mit katastrophalen folgen aber das ist der blick zurück das ist dann nur die frage wenn wir nach vorne blicken wollte das heute lernen die immer wenn sie sagen stören friedlich ich störe mich tatsächlich an diesem wort stören fried das klingt so harmlos und so ein bisschen nett und so und so ja weiß ich auch nicht so so das klingt so nach sandkasten spielen aber das ist es ja nicht das was wir da gerade auch gesehen haben also diese angriffe auf tanker diese angriffe auf öl anlagen und so weit das sind doch fortgesetzte provokationen auf die man doch irgendwann mal wie auch immer aber irgendwie reagieren indem er zurückkehrt zum verhandlungsweg das ist ja genau das was die ihre politik versucht haben durch die haben leider keine chance mit und jetzt kommt der general um zu deeskalieren zwischen saudi arabien und dem iran muss das um die in stunden gefallen sind und dann wird er erschossen damit die deeskalation nicht stattfindet das ist abenteuerlich das erste was ich jetzt behaupten möchte ist dass es falsch zu sagen ist weil die israelis und die amerikaner atomwaffen haben und militärisch vor ort sind hat iran jedes recht das zu tun okay ich habe gesagt das ist deren überlegung sondern die man ist eine regierung die nicht nur für amerika sondern für europa und auch für den arabischen ländern sehr gefährlich und sehr problematisch ist deshalb gab es abkommen jetzt wir mussten uns vorstellen ich meine herr lüder sie sagen es ist legitim dass iran seine milizen in den ganzen nahen osten disloziert denn die amerikaner ich habe beschrieben warum sie das tun aber er hat es einfach nüchtern pragmatisch beschrieben aus und hat immer wieder auch gesagt aus deren sicht macht das sinn aus der wir sind uns einig aber wir sind uns einig das ist ein schurkenstaat der der dort dinge vorantreibt das würden sie auch unterschreiben herr lüders oder nicht ich würde mit begriffen wie schurkenstaat nicht argumentieren weil das okay dass uns die weglassen sind die nicht sehr klären ein allerletztes wort zu herrn zuleimani weil er so böse ist und getötet werden musste aus amerikanischer sicht es ist interessant zu wissen dass dieser general zuleimani nach den terroranschlägen des 11 september 2001 mit den amerikanern gemeinsam in afghanistan strategisch überlegt hat wie man die taliban bekämpfen kann die haben zusammengearbeitet und die zusammenarbeit endete in dem moment wo präsident busch den iran auf der achse des bösen verortete zusammenarbeit gab es auch in den letzten jahren es hat auch amerikanische generäle gegeben ok in suleimani in bagdad betroffen haben was aber heute nicht mehr begründet also warum hat die verlogenheit in der ganzen geschichte das sind natürlich jede menge punkte und das ist eine art rhetorik man entlastet der eine der vorwerfte andere was vor und dann wird man nicht auf die punkte zu geben jetzt es stimmt dass die iraner immer wieder mit amerikaner zusammen gearbeitet haben auch im krieg gegen irak denn die amerikaner nach sie 48 die macht oder die verantwortung für diese scherbenhaufen nahen osten übernommen haben ja weil sie wussten das ist gefährlich dort und hatten eine gewisse verpflichtung an israel haben sie auch da ein weil es ums öl ging können wir auch noch mal dazu sagen aber guck mal der amerikanische pentagon hat trump hat truman nicht trump truman gesagt dass es um die anerkennung israels ging hey nein wir brauchen die araber und ihren öl um gegen der sowjetunion zu kämpfen und im state department unter edges sind hat man gesagt nein die moralische höhen müssen die amerikaner besetzen und wir werden israel anerkennen und damit fertig werden da seitdem gibt es krieg zwischen israel und den arabischen staaten okay ich meine das darf man auch nicht vergessen jetzt also dass das mit der zusammenarbeit mit den iranern es kam immer wieder auch in der kampf gegen isis neulich sprach man von ein suliman moratorium das heißt erstmal kämpft er mit uns gegen isis aber sobald isis weg war hat er und das haben wir in ihrem film gesehen der land seine kanonen gegen die amerikaner gerichtet denn für iran ist nichts wichtigeres als amerika aus irak zu treiben und dort selbst einfluss auszuüben genau wie die sowjetunion amerika immer aus europa treiben wollte ja und die könnten das nicht aber auch heute wollen die zwischen amerika und europa spalten spaltung verursachen schau mal wie puten ganz schnell nach damaskus geflogen ist um daran zu wirken und ich warne die europäer davor jetzt hier auch ein bisschen gespielt zu werden aber das wichtigste ist zu sagen wenn wir an prinzipien glauben auch an israels existenzrecht dann können wir nicht einfach sagen wir sind ein rechtsstaat und da draußen die sind rechtslos aber wir kämpfen nur mit rechtsstaatlichen mitteln man muss sehen das ist ein dilemma wenn der nicht bereit ist den recht zu folgen dann hat man als demokratie und rechtsstaat ein wirklich ein dilemma das stimmt wie kämpfen wir gegen den und die amerikaner folgen diesen internationalen amerikaner sind da weil die deutschen die europäer nicht henry kissinger in sein letztes buch hat gesagt das problem mit syrien ist dass europa nicht da ist die amerikaner sollen in china sein nach henry kissinger dass die amerik dass die europäer nicht da sind aber er sagt die europäer können sich nicht einigen um einfluss ausüben ob scheckbuch diplomatie oder kanonenboot diplomatie es kommt nicht von europa und das ist vielleicht amerikas großes problem auch nur zwei sätze sagen dass die entfremdung um die es jetzt geht dass sie sagen die entfremdung zwischen europa und amerika die de facto da ist dass die stattgefunden hat weil der iran oder russland da treibend sind um diese entfremdung ja überhaupt zu aufzubauen und da müsste man doch mal fragen hat diese entfremdung nicht stattgefunden durch die rhetorik donald trump's amerika first wenn es nur um amerika geht amerika first dann haben europäische beziehungen auch keinen wert mehr dann hat diplomatie keinen wert mehr und ich denke dieser ganze vertrag ist durch lange lange diplomatie zustande gekommen und wird mit einem einem fehlerstrich genau über dieses atom abkommen weil das immer wieder der kern des problemes ist ob es gegen wille des amerikanischen kongresses abgeschlossen er hat gesagt ich wette darauf ein alter amerikanische traum es gibt eine seidene revolution in iran wie in prag in der tschechischen republik und die kommen auf unsere seite und kämpfen mit uns gegen die ganzen dschihadisten und salafis und all das aber es ist noch nicht gekommen bis jetzt obama fühlte sich von den iranern verraten warum weil sie sich hinter wasser als hat gesteckt haben und das war nicht teil des abkommens ja wir wollten neue beziehungen haben und plötzlich und denken sie wie viele da sterben ich meine im letzten monat gibt es wieder einen angriff auf die hunderttausende fliehen ulo generalsekretär beschimpft das und was machen wir wir beschimpfen die amerikaner war weil sie eskalieren das ist der außer der die krankenhäuser aber glauben sie wenn sie den general ermorden dass sie damit frieden schaffen ja 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 also ich glaube wirklich die ist die man kann nicht mit don corleone verhandeln das sind gangster aber sie verhandelt auch mit den taliban inzwischen muss darauf ja aber ich bin bereit mit denen zu verhandeln aber nicht auf jeden preis die dürfen nicht auf uns kann man nicht verhandeln sie sind auch immer die ökonomischen interessen aus sanktionen macht ja usa nicht nur gegen solche länder selbst gegen deutschland gegen die eu etc und dass sie jetzt sanktionen das flossen haben das kriegen ja das machen sie doch auch weil sie nicht wollen ja die sagen wir werden abhängig in wirklichkeit wollen sie ihr öl an uns verkaufen wir werden nicht abhängig von russland was erdöl betrifft also wissen das stört mich alles nicht wirklich noch mal nicht die amerikanerinnen und amerikaner die ich mag aber die politik von trump ist verheerend und was sie immer vergessen erst seit der kündigung des abkommens gibt es eine solche entscheidation aber das war der größte fehler er hätte niemals das abkommen können wir nochmal und der britische moment der britische botschafter hat an sein außenminister geschrieben es gab gar keine mängel laut den sachverständigen an dem vertrag ihn störte nur dass der vertrag mit dem namen obama verbunden ist diese eitelkeit ist unzulässig und kann man das wirklich so verkürzen ist die frage ich war in den letzten jahren viel in israel unterwegs war unter anderem auch im gaza streifen unterwegs wenn sie dort waren sie mal da ja klar wenn sie dort versuchen reinzukommen dann sehen sie sich wenig später leuten gegenüber mit denen wollen sie nichts zu tun haben das ist dann wirklich da sind wir bei don corleone da haben sie mit leuten von der hamas zu tun unangenehme menschen die die in sehr deutlich machen wer hier das sagen hat das sind terror milizen die gesponsert werden woher aus teheran in allererster linie im libanon das gleiche mit der hisbollah und dann haben wir dieses winzige kleine israel wir sind das lustigerweise herr gysi und ich vor einigen monaten oder im jahr am flughafen in tel aviv gegen den weg gelaufen weil wir beide israel besucht haben getrennt voneinander natürlich aber das war deswegen interessant weil wenn man dort durchfährt und sich das anschaut dann wird dann klar wie verletzlich das alles ist und wie tönern das alles ist und ich verstehe jeden israeli der sagt wir haben da jetzt eine situation die ist für uns brandgefährlich und diese vorwärts verteidigung die sie da beschreiben die kann man auch anders interpretieren um es jetzt mal freundlich auszudrücken da kann man auch sagen die stehen bis an die zähne bewaffnet direkt vor unserer haustür was machen wir denn damit das ist doch auch eine deutsche verantwortung die wir da haben ja gerade weil sie die sicherheit ist ansprechen ist es natürlich umso wichtiger dass man es eben nicht zu einer kriegerischen eskalation in der region kommen lässt denn israel wird eines der ersten länder sein dass im falle eines großen knalls die folgen zu spüren bekommen wird deswegen müssen wir in europa und gerade in deutschland alles dafür tun damit politische mechanismen am leben bleiben aber was heißt alles dafür tun wir haben doch zugesehen wie sich diese strukturen über jahre dort verfestigt und entwickelt haben wir haben auch das meine ich ja klar ich finde es ist was macht denn europa um das zu verhindern beispielsweise da fließen milliarden hilfsgelder fließen da rein auch in den gasastreifen beispielsweise sie haben dort die die kläranlage ist eine kloake der versickern milliarden hilfsgarten die werden in waffen investiert mutmaßlich ich habe geld von unseren steuerzahlern was machen wir denn damit indem man dafür ein wirkt dass zum beispiel die palästinenser eine eine perspektive bekommen dass die gasastreifen die menschen nicht mehr in einem freier luftgefängnis leben und insofern auch keinen anlass mehr haben die hamas zu wählen die hamas ist ja nicht aus dem vakuum heraus entstanden sondern die hamas ist eine organisation als neu gewählt werden sollte bei israel dagegen man hätte diese wahlen durchführen können wenn nämlich die hamas von der regierung abgewählt worden aber hat man ja nicht zugelassen wissen sie der fehler ist die israelische regierung auch netanjahr denkt im wesentlichen auch militärisch und sicherheitspolitisch ich kann das verstehen wohl gerade sagen ja das können sie doch gut verstehen es ist trotzdem falsch weil wenn wir nicht die perspektive aufbauen für die palästinenserinnen und palästinenser dass sie einen eigenen staat bekommen gibt es keine chance auf frieden und sicherheit auch für israel nicht wenn wir dieses problem mal angehen würde und neben israel einen palästinensischen staat hätten und nicht diese siedlungspolitik machen erzählt sie dort betreiben wenn das problem gelöst wäre wäre ein wesentlicher zündstoff aber herr gieße noch mal ist es aber nicht genau gerade ist gerade nicht der punkt überhaupt nicht nicht ablenken geht es geht auch darum zu fragen was tun wir wenn sich dieses regime aus der heran auf diese art und weise dort immer weiter ran rop darf ich und wenn man dann im irak auch einfluss versuch zu gewinnen ist doch irgendwie klar wohin die reise geht dann hast du irak syrien libanon stehst du die haben sie nur den iran und nicht saudi arabien saudi arabien verletzt die menschen weil wir jetzt gerade genauso und saudi arabien ist der nächste verbündete der usa hinzukommt aber völlig an der dimension herr g sie lassen ganze gegenden lassen sie mit boten die sie dort aufgestellt haben weder medikamente noch lebensmittel durch die leute aber wer sind sie ankeiten und hunger die saudi arabien so die hudis sind dafür schuldig die hudis hinterfragen ist berechtigt und man kann das und muss das auch kritisieren diese iranische politik ich finde aber man muss den gedanken den sie ausgeführt haben noch vielleicht um einen anderen aspekt ergänzen bitte wenn wir uns anschauen welche verheerungen in der region angerichtet worden sind seit 2001 usa haben erst in afghanistan militärisch interveniert die nato auch die bundeswehr sind dort seit 2001 präsent mit welchem erfolg das ganze ist ein desaster gewesen dass dann wurde der irak zerstört dann gab es den krieg in syrien der nicht allein von von dem iran zu verantworten ist da gab es auch andere kräfte die kräftig mitgemischt haben mitgemischt haben ich erwähne nur was ich selber recherchiert habe im rahmen einer meiner bücher wie die amerikaner von libyen aus aus den waffenbeständen gaddafis diese waffen geschickt haben an die vermeintliche opposition in syrien und die dschihadisten die dort gekämpft haben sie aus allen möglichen ländern geströmt es ist also zu einfach zu sagen nur der iran oder nur russland sind dafür verantwortlich für diese unglückselige eskalation die regierung die bombardierung libyens die bombardierung libyens ist die situation jetzt dort besser wir haben das in der gesamten region eine verheerende situation auch da haben wir doch das meine ich doch die gesamte region ist an pulverfass und wir müssen uns doch wir müssen uns doch überlegen also die gründe sind relativ evident und klar aber wir müssen uns doch überlegen wie gehen wir heute 2020 mit dieser situation um und wir haben doch gelernt dass beispielsweise in syrien also nichts zu tun war die ultimative katastrophe das thema syrien ist auch ein eigenes das wollen wir jetzt nicht aufmachen dieses fast mein vorschlag wäre dass wir uns überlegen angesichts der immensen verheerungen die nicht zuletzt die politik unserer amerikanischen brüder und schwestern dort angerichtet hat in der region ob wir uns nicht doch einmal überlegen könnten dass der weg der verhandlungen der bessere wäre anstatt noch ein land nämlich den iran anzugreifen egal was sie von dem regimen dort halten oder nicht ist es doch sinnvoller sich zu überlegen wie kann man zurückfinden zu den mechanismen von verhandlungen wie sie durch den atomvertrag gegeben waren und das was ich der europäischen politik und insbesondere auch der bundesregierung vorwerfe ist dass sie viel zu wenig leistet um sich von dieser fragwürdigen politik zu distanzieren und zu sagen da machen wir nicht mit es gab wie ich erwähnt habe 2003 die möglichkeit zu sagen wir machen diesen krieg nicht mit das war eine historisch richtige entscheidung da können wir der bundesregierung damals heute noch dankbar sein heute sehe ich nicht dass wir politiker haben in berlin die bereit wären wenn es wirklich auch zum äußersten kommt in der region die rote linie zu ziehen wenn es zum krieg kommt in der region werden die amerikaner mit einer sicherheit grenzender wahrscheinlichkeit den nato bündnisfall ausrufen und dann möchte ich mal sehen sie haben sie haben auch sehr viel geredet und ich finde das ist eine methode sie sie oft benutzen ja dankeschön aber ich möchte das ist ganz kurz ganz kurz ganz wirklich muss man auch es ist wichtig dass die bundesregierung einen eigenen weg geht gemeinsam mit der europäischen union sonst sind wir irgendwann an einer situation des mitgefangen mit gehangen und ich möchte nicht dass europa und deutschland einen krieg in der region an der seite der usa führt für die wir am ende den preis zahlen werden nicht zuletzt in form weiterer massiver flüchtig ist mit dem das deutschland und diese wenige vereinigten staaten von europa mehr einfluss ausüben sollten und das wäre auch für mich als amerikaner vom größten wert denn ich weiß wie verrückt wir als amerikaner manchmal sind und wir brauchen ein reality check jetzt sie mussten auch erkennen europa ist nicht immer geeint die deutschen haben eine ganz andere meinung zu trump und obama gehabt als die anderen europäer ost west nord oder süd also hier ist auch ganz anders mit jeder sagt ich spreche im namen europas aber jeder ist ein nationalstaat aber ihr präsident sagt ja amerika first also der obama hat es anders gesagt der hat gesagt zusammen wenn möglich alleine wenn nötig aber wir wissen auch in deutschland manchmal gibt es eine rote linie wo die amerikaner nicht weiter sollen ich konnte ich meine ich würde mich riesig freuen wenn deutschland wirklich alternativen hat aber es gibt kein königsweg im nahen osten das ist ein hohes mess und das haben die amerikaner nicht angefangen und immer die amerikaner dafür schuldig zu machen führt zu eines die amerikaner hauen ab und sind nicht mehr da und so schlimm es ist für die europäer dass die amerikaner in ihr waghalsigkeit und abgelenkt art dort vorgehen und auch manchmal missionarisch eins wäre schlimmer wenn amerika überhaupt nicht da ist denn das ist immer noch ein katastrophengebiet und wenn europa mehr beitragen kann israel schützen frieden zwischen saudi arabien und iran aber die iraner mussten auch deeskalieren die mussten auch aufhören aber wir sind uns das frau merkel einmal sagen sollte ja aber was doch zeit das problem ist aber welche hebelkraft hat sich denn guck mal amerika bietet für weltexportmarkt deutschland offene meereswege wir haben dollar wenn der euro stürzt ist der dollar immer da ohne dollar gäbe es keine handelsmacht deutschland amerika bietet den nuklearschutz nicht nur für deutschland sondern für japan vielleicht will man das nicht haben aber ich sage ihnen nach einer atombombe in der atmosphäre detoniert wird dann werden die über die deutschen überlegen ob sie frankreich oder amerika aber es ist aufgabe wird es ja nur ein land das zwei atombomben gezündet hat ja ich weiß wir haben alle dreck am stecken und ich würde jeden tag sagen besser diese atombomben aus japan anzugreifen natürlich hat amerika dreck am stecken aber deutschlands wichtigste